moin moin und hallo meine pelzigen freunde heute zeige ich euch wie man schottbecher selber herstellt ich habe haselnussholz verwendet und das ganze lässt sich gut verwenden auf mittelader lagern auf landsknechtdrills oder wenn man einfach auf einer party aus der breiten masse herausstechen will viel spaß und jetzt zum video für den schottbecher nehmt am besten einen ast durchmesser von vier zentimeter hat kann auch ein bisschen mehr sein nachdem ihr das holz auf eine beliebige länge abgesägt habt tut ihr dann einfach so wie hier zu sehen mit einem astlochbohrer ein loch einbohren das geht natürlich auch mit einem groß genügenden bohrkopf dann bearbeitet ihr den innenraum vom schottbecher mit schleifpapier so Untertitelung. BR 2018 Wenn ihr dann den Innenraum fertig geschliffen habt, könnt ihr mit einem Taschenmesser oder mit einem Stemmeisen den Rand bearbeiten, ein bisschen abrunden. Das geht natürlich auch mit Schleifpapier. Ich fand jetzt mit dem Taschenmesser das relativ zügig. Dann nehmt ihr von außen ca. 1 cm von der Rinde weg, außer ihr wollt die Rinde komplett wegnehmen. Untertitelung. BR 2018 Wenn ihr dann die Rinde weggenommen habt, könnt ihr dann auch von außen am Rand noch eine Rundung hinzufügen. Das geht natürlich auch mit dem Taschenmesser oder eben mit Schleifpapier. Da kann jeder arbeiten wie er will. Zum Schluss habe ich den Schottbecher noch auf eine angenehme Länge gesägt, dass er einfach besser in der Hand liegt und nicht so groß und klobig wird. Ich lasse bei meinen Bechern meistens ca. 1 cm Platz unten, dass er einfach ein bisschen robuster ist. So sehen die fertigen Schottbecher aus. Ich habe in den einen noch eine Kerbe reingeschnitzt und ein Lederband rumgezogen, dass man es am Gürtel tragen kann. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich noch mit Lack behandeln oder mit Öl. Ich tue meine immer so naturbelassen. Wer jetzt aber sagt, hey, das ist ja gar nicht so viel wie in ein Schnapsglas reingeht oder sogar mehr, der kann natürlich auch nebenher mit einem Schnapsglas nachmessen, wie viel er es beim Bohren eigentlich rauskriegt. Genau. Ich habe es nicht gemacht, weil je mehr, desto besser. Und in diesem Sinne danke fürs Anschauen des Videos und bis demnächst. Ciao, ciao.